Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit einer neuen Buchrezension bei euch zurück. Und zwar geht es um das Buch Girl on the Train von Paula Hawkins. Ist im Biambalee Verlag erschienen, kostet 12,99 Euro und hat 448 Seiten. Und hier vorne steht schon drauf, du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Und ja, das ist alles ein bisschen geheimnisvoll und etwas verwirrend. Also in diesem Buch geht es um Rachel. Rachel fährt jeden Tag mit dem Zug und der Zug hält immer an einer bestimmten Stelle. Und dort kann sie immer ein Ehepaar beobachten. Und sie hat auch mal Paarhäuser weiter gewohnt, als sie noch mit ihrem Mann zusammen war, der sich aber von ihr getrennt hat. Die beiden hatten wohl jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Und das hat absolut nicht geklappt. Und dann hat sie auch das Trinken angefangen. Also man kann schon sagen, dass sie Alkoholikerin ist. Und ja, sie macht dann halt Beobachtungen, wenn der Zug dort hält. Und erst sieht sie immer nur ein glückliches Ehepaar. Und dann auf einmal ist die Ehefrau verschwunden. Und an dem Abend, wo sie verschwunden ist, hat Rachel Beobachtungen gemacht. Sie kann sie bloß nicht mehr richtig zuordnen, weil sie da wieder total betrunken war. Sie weiß aber sicher, dass diese Vermisste, die Meghan heißt, dort mit einem fremden Mann im Garten stand und der Mann sie auch geküsst hat. Sie geht auch zur Polizei, um das auszusagen. Aber ihr wird insgesamt nicht wirklich geglaubt. Also der Sprü wird nachgegangen. Er wird auch verhaftet. Aber so wirklich glauben tut man ihr einfach nicht, weil sie halt immer angetrunken ist. Und ja, sie hat auch immer noch Probleme mit ihrem Mann oder Ex-Mann. Er ist ja schon wieder neu verheiratet und hat mit dieser Frau auch ein Kind. Was natürlich auch sehr schlimm für Rachel ist, weil sie ja jahrelang versucht hat, mit ihm ein Kind zu bekommen. Und ja, es bleibt eigentlich sehr undurchsichtig. Es ist immer eine gewisse Spannung in dem Buch vorhanden. Ich würde es auch als Thriller bezeichnen. Unten steht Roman, aber da habe ich, meine ich, schon weniger Thriller-artige Bücher gelesen, sodass ich diesen durchaus als so etwas bezeichnen würde. Ja, man kann jetzt gar nicht so viel erzählen, ohne zu viel zu verraten. Aber ja, irgendwie fand ich das Buch richtig cool. Irgendwie auch nicht. Aber ich habe dem Buch jetzt auf jeden Fall viereinhalb Sterne gegeben, weil es mich doch richtig packen konnte und ich auch weiterlesen wollte. Und die Auflösung fand ich auch sehr stimmig. Und ja, mich hat es einfach begeistern können. Und das Buch ist eingeteilt eigentlich in drei Erzählstränge. Immer entweder aus Rachels Sicht, dann gab es noch die Sicht von Megan und die Sicht von Anna. Und Anna oder Anna ist die neue Frau von Tom. Also sozusagen ihre Konkurrentin, der sie auch in gewisser Weise immer noch nachstellt. Und Tom ist halt ihr Ex-Mann. Und also die drei Erzählstränge gibt es. Was ich bloß verwirrend fand, dass es auch noch Erzählstränge von Megan gab. Als sie, ja da kann ich jetzt gar nicht so viel verraten, aber als sie halt schon verschwunden war, da gab es dann auch noch so Erzählstränge von Megan. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber insgesamt fand ich das Buch schon sehr empfehlenswert. Was mich bloß ein bisschen gestört hat, ich habe wirklich vorsichtig gelesen. Aber es ist trotzdem derart rund gelesen. Das finde ich schon sehr schade. Und ja, insgesamt finde ich die Aufmachung auch ganz cool, weil die Schrift ist ja so verschwommen. Und das hat man ja auch, wenn man im Zug sitzt und an den Häusern vorbeirast. Dass man das dann so verschwommen sieht. Das finde ich ganz cool gemacht. Was ich mich natürlich auch frage, auch selbst wenn der Zug anhält, ob man wirklich so viel beobachten kann, wie es bei einer Ehe aussieht, wie das Paar miteinander umgeht. Da muss ja wirklich die Bahnschiene schon direkt am Garten dran lang gehen. Also das fand ich so ein bisschen unrealistisch, dass man da wirklich so viel erkennen kann. Aber insgesamt fand ich es halt ein gelungenes Buch. Und da ich meinem letzten Swiller vier Sterne gegeben habe, obwohl der mich teilweise etwas gelangweilt hat, musste ich hier dann einfach viereinhalb Sterne geben. Es ist auf keinen Fall ein Fünf-Sterne-Buch für mich, aber es hat mir schon sehr gut gefallen. Ich verlinke euch das Buch in der Infobox und schaut einfach mal rein, wenn es für euch interessant ist. Und ich würde sagen, das war es dann von mir. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!